Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Rocket Leech, zusammen mit Gary. Hallo. Wir spielen mal wieder 2 gegen 2, erste Runde des Tages wieder im Ranked, haben uns gerade wieder ein paar Runden unranked eingespielt und ich verkackte. Like a pro, verkackt. Oh, aber Gary rettet. So noch ein bisschen verlängern. Oh, ne. Aber ich konnte ihn stoppen, das ist doch auch schon mal was. Also keine Ahnung, was der da gerade versucht hat. Ich weiß es nicht, ich war einfach noch auf das U-Nach-Boost. Machst du? Oh. Oh, sehr schön. Oh, er ist schneller. Schau, dass du nochmal nach vorne kriegst. Genau, ich... Mach du. Ah, zu kurz, oder? Oh, ja. Er hat einen Fall mit dem Gegnerdreck vor die Nase. Das war so das Hauptproblem. Der kommt schon. Come on, do it. Nein. Oh, er kommt hoch. Zu hoch für mich. Hab ihn. Sauber. Ich muss eben so schauen, dass ich schnell nach hinten komme. Ich geh mit Zippy diesmal. Och, ne. Jo, bin hinten drin. Ich geh nach vorne raus. Gut. Ich geh nochmal an ihm vorbei, aber jetzt, jetzt kommt er wieder zurück. Oh, 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 oh. Ah, wird nix. Ah, jetzt aber. Come on. Nein. Irgendwie Latte. Natürlich, die lenken mich aufs Dach. Die einzige Seite, wo Zippy verwundbar ist, das Dach. Aber ich hab gekliert. Jo. Oh, oder auch nicht, oder? Doch, doch, doch. Ja, die Frage ist, ob der ihn jetzt erwischt. Genau. So was hab ich gewartet. Oh, der hat ihn erwischt. Dammit. So abgewehrt. So halb. Nein. Ja, da haben wir auch schon unser erstes Ding kassiert. Nachschuss. Ja, da kann man immer nix machen. Nachschuss ist mies. Ich glaub, grad eben hat meine Aufnahme einfach nichts wie Wasser gesehen bei meinem Flugrad. Der war sehr elegant. Oh, da geht nichts. Weil er sehr schön geblockt hat. Also Respekt an der... Oh, fuck, ich hab' gefällt. Jo, ich flieg nach hinten. Aber der fehlt auch. Oh. Der fehlt auch. Was? Ich hab' ihn nicht über den drüber bekommen. Der kommt nicht. Was'n scheiß Winkel, ey. Jo, net servaust damit. Na, klau' dir mir den Boost, du. Lass mich. Oh, sorry. Bin in den Moment schon gesprungen. Oh. Oh, Mann, ich dachte, der drifft. Ah, ne. Gefällig. Nein. Ah, schön. Hab' ihn. Dachte ich. Oh, nein. Ich war dran. Ich war noch mit dem Wendemanöver beschäftigt. Ach, komm, für dich fehlt doch gar nicht so viel. Ich war... Ja. Komm schon, okay. Das muss jetzt aber funktionieren hier einfach. Nein. Oh, kacke. Ja, der kommt nach vorne. Kommt direkt wieder. Ja. Oh, so weh. Oh, der kommt schön. Ja. Sauber. Ich glaub, das ist das erste Volleytor, das ich in der Aufnahme schieß. Ja, das war, glaub ich, das ist wirklich mein erstes Volleytor in der Aufnahme. Und dann war es auch noch ein schönes. Sto. Nein. Der war vor allem... Oh, ich hab ihn abgewertet. Das ist schön. Und den hab ich auch geblockt. Oh, den hab ich abgefälscht. Tut mir leid. Oh, der ist drüber gegangen. Nein, ich geh noch was. Ja, okay. Ich glaub, die erste Runde verlieren wir heute. Ach, das machen wir doch locker. Ja, den hab ich leider darüber gefälscht. Tut mir leid. Fast schon. Jetzt schießt er einfach direkt ein Tor beim Anstoß. Okay, ich try my best. Ne, ist das nicht. Also, Richtung. Oh. Na ja. Erste Runde verloren. Kurz vor Brasse 3 sind wir immer noch. Jo. Na ja. Na ja. Vielleicht waren ja die nächsten zwei wieder Siege. Dann kann man damit ja leben. Bischö. Also, ich wäre für damit Leben. Eigentlich so. Jo. Ach, der Beitritt läuft schon wieder. Dann brauche ich nicht mehr hier in irgendeinem Trainingslobby gehen. Ne. So, mal schauen. Jo. Die zwei gehören auch wieder zusammen hin. Ja, basically I do shit. Das ist okay. Schau. Ne, dir nicht, du musst du spielen. Ach so. Aber vielleicht auch ins Tor, oder? Ja, schön geblockt. Aber da kommt noch ein Nachschuss durch. Oh. Damit ich nicht gerechnet. Oh, ja. Und ich würde weggekickt. Oh, aber vielleicht war das Wegkicken gar nicht so schlecht. Oh, der kommt. Schade. Okay, ich bin dran. Okay. Alter, was geht mit dem ab? Oh, no. Hab ihn. Boah. Ja. Richtig schön hier. Wieder mit einem Frontflip-Vorlage. Boah, hat es so Lack. Oh mein Gott, hat es so Lack. Ach, der kann doch nix sehen. Der hat mir genau auf die Nase gespielt. Das war dein Samm. Hey, der, 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 der X-Typ, der kann das mit dem Flugdinger auf jeden Fall. Hey, ich wurde weggekickt. Oh, fuck. Rüber. Und, oh, schade. Ich bin rein. Ein bisschen schnell. Ich bin zu schnell. Oh. Oh mein Gott. Mein Torschuss. Wie das funktioniert hat, will ich gar nicht wissen. Oh. Gut, ist alle verspüren. Schönen wir raus? Ja, hol ihn raus. Oh mein Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Dass sie beide dann vorbeifällen. Ja, vor allem der zweite nicht. Beim ersten, da konnten wir noch nicht rechnen. Aber der zweite muss ja wirklich nur springen. Nein. Oh, oh, oh. Genau so. Na ja, das war ja als mehr als geschenkt. Vor allem den hatte er selber da hingekirrt. Mhm. Ja, basically you do shit. Das sehe ich auch jetzt so. Ich verstehe jetzt, warum du den Namen hast. So. Hat er gemeint, indem er einfach nach vorne springt und sich einen Geschwindigkeitsvorteil holt, kriegt er den Ball vor mir, hat er furcht. Und deshalb... Oh, sorry. So, dann gewinnen wir doch die zweite Runde direkt mit dem 3-0 und eine Aufgabe der Gegner, nachdem wir davor verloren haben. Und das ist wieder Logic-Pour hier. Ja, ja. Na, dann schauen wir mal, dass wir noch direkt ins dritte Match reinkommen, dass wir wieder auf Augen entscheiden lassen. Jo. Geht schon wieder weiter. Ja. Heute keine Verschnauf-Pausen. So, die alles entscheidende dritte Runde. Oh, Tor! Nein, doch nicht. Nichts, Tor! Scheiße! Aber jetzt, ja. Guck. Ich hab' den Torwart nicht gesehen. Ich dachte, das wär frei. Oh, jetzt go for Tor! Sehr schöne Vorlage. Jetzt hoffe ich dann auch hier mit meinem Zipi. Hast du gesehen, mit der Kugel auf dem Kopf kannst du sowas machen? Aha. Na, du bist ja selber eigentlich nur ein ovales Ding auf Bad Amp. Frag mich nicht, wie man dieses Auto sonst in der Form beschreiben soll. Oh. Oh mein, ich hab' gemeint... Oh, der kommt scheiße. Oh, der kommt. Oh mein Gott. Im Rückwärtsgang und Volley. Ich dachte, ich könnte den irgendwie im Flug blocken, aber ne. Ach, du. Ja. Ah, wie er ihn hat. Oh. Gar nicht cool. Oh, ich bin nicht da. Too cool for me. An beiden vorbeigespielt, würd' ich sagen. Aha. Haben sie beiden den falschen Weg gewählt. Nein. Hab' ich. Überspielt, weggekickt. Und beendet. Was? Hab' ich gebrochen. Oh, ne. Vielleicht mit Verlängerung? Aber jetzt, jetzt. Was, dafür krieg' ich nicht meine Vorlage? Willst du mich jetzt wollen? Schau an, meine perfekte Vorlage hier. Ja, wahrscheinlich war der Gegner mal zwischen drin dran und zählt, das glaube ich nicht als Vorlage. Aber ich hab' den da hingelegt. Mann, ey. Der betrügt doch schon wieder. Mein Wallhack. Den hab' ich wieder eingeschaltet. Wallhack in nem Spiel ohne Walls. Ein Dirt sich echt. Oh. Gott, sorry. Der Typ hat mich in dich reingekickt. Also, das war nicht mehr ich. Ah ja, interessant. Lägel hier versucht, die Wall zu spielen. Er machte mir die Wall. Ja, das müsste ich mal üben. Aber ich hab' keine Ahnung, wie man... ...so die Wand zu spielen. Äh, ja, ich hab' auch keine Ahnung, wie man den so hingespielt bekommt, damit man's üben kann. Das ist auch so mein Problem, ich probier's einfach in meinem Spiel aus und irgendwann wird's mit der Zeit immer besser und du kannst halt abschätzen. Ich glaub', das ist die schönste Methode zu lernen, während des Spiels und nicht so in irgendwelchen komischen Trainingsdingern. Da kann man nochmal verlängern und rein da. Perfekt. Das war zwar nicht ich, aber okay. Und nochmal ne Aufgabe. Naja, mit ner Doppelaufgabe gewonnen, nachdem wir das erste Spiel verloren haben. Interessant. Echt interessant. Na, Leute, bei uns. Ich würd' sagen, das war auf jeden Fall die erste natürlich nur, um die Spannung aufzubauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge hier von Rocket Leech. Und bis dahin, servus und ciao. Ciao. Ciao.